Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein, um aus meinem Leben zu erzählen. Und mit allem, was ich erzähle, gebe ich Jesus Christus die Ehre. Er hat mich in einem Ort tiefster Verzweiflung und Not abgeholt und hat mir ein ganz, ganz neues, wunderschönes Leben geschenkt. Und wie könnte man Gott mehr ehren und ihm danken als durch einen Bibelferst? Und da ist mir eine Stelle sehr wertvoll geworden. Als ich die gelesen habe im Lukas-Evangelium, als Maria erfahren hat, dass sie den Messias zur Welt bringen wird, hat sie Gott ein Danklied gesungen. Und ein Vers heißt, denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder. Ich spreche heute von einem Gott, der immer an mich geglaubt hat, auch in einer Zeit, als ich nicht an ihn glauben wollte. Ich habe nämlich in meiner Teenager-Zeit eine Absprache getroffen. Ich habe gesagt zu Jesus, an einen Gott, der so viel Schlechtes in meinem Leben zulässt, will ich nicht mehr glauben. Ich glaube nicht, dass es den gibt und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich habe mein Leben aus eigener Kraft gelebt und ich habe viele schöne Dinge erlebt, aber auch viele schwere Dinge. Eines der sehr schweren Ereignisse in meinem Leben war 1992 die Scheidung. Ich war auf einmal alleine mit zwei kleinen Mädchen. Die jüngere Tochter Nadine war sechs Jahre alt. Die ältere Tochter Steffi war acht Jahre alt. Und 1992 war es gar nicht einfach, als alleinerziehende Mutter überhaupt eine Wohnung zu finden, arbeiten zu müssen, für die Kinder da zu sein. und die Ferien zu bewältigen. Die Kinder hatten mehr Ferien als ich. Und das Ganze ohne eine Familie im Hintergrund, die mir hätte helfen können. Aber meine Kinder haben mir immer sehr viel Freude und sehr viel Kraft gegeben. Und die Liebe zu meinen Kindern, die hat mir das ermöglicht, dass ich das auch alles geschafft habe. Wir waren uns einander sehr wichtig, auch die Mädchen untereinander. Steffi, die Ältere, hat sehr bald angefangen, sich um Nadine wie eine Mutter zu kümmern. Und ich habe immer versucht, meine ganze freie Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Meine Kinder waren das Wichtigste in meinem Leben. Als Steffi 14 Jahre alt wurde, habe ich sie im Konfirmandenunterricht angemeldet. Ich komme aus Freiburg jetzt. Damals haben wir in Bad Krozingen gewohnt, in der Nähe von Freiburg. Und da war ich in der evangelischen Kirche zur Anmeldung. Und der Pfarrer hat gesagt, die Eltern möchten doch mit den Kindern in den Gottesdienst kommen, falls die Kinder Fragen haben, dass man mit ihnen darüber reden kann. Der Sonntag war so für mich der einzige Tag in der Woche, wo ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen konnte, mal etwas länger schlafen und mal gedacht hatte, ich möchte einfach gar nichts tun. Aber Steffi zuliebe bin ich gegangen. Und dann habe ich gemerkt, als ich in der Kirche war, nach einiger Zeit, dass etwas, was mit mir geschehen ist, ich habe irgendwie Kraft bekommen, ich konnte mich gerade hinsetzen, ich konnte mal richtig durchatmen. Ich habe die Atmosphäre da genossen, es hat mir gut getan. Und so habe ich mich dann immer wieder auf den nächsten Sonntag gefreut. Diese Kraft, die hat gerade angehalten von einem Sonntag bis zum nächsten. Nach Steffis Konfirmation bin ich dann weiterhin in die Kirche gegangen, meistens alleine. Die Kinder waren für sich. Als Steffi 16 Jahre alt war, kam diese große Millenniumsnacht, diese große Jahrtausendwechsel, der überall gefeiert werden sollte. Steffi war sehr selbstständig geworden, sehr fröhlich, sehr lebenslustig, hatte viele Freundinnen, Freunde und war viel unterwegs. Und sie wollte diese Nacht auch in Freiburg mit Freundinnen feiern. In dieser Nacht ist dann etwas geschehen, von dem ich gedacht habe, dass das in meinem Leben nicht geschieht. Ich habe immer gedacht, ja, sowas, das geschieht höchstens in Kriminalromanen oder im Fernsehen, in Filmen. Steffi ist von dieser Feier, von dieser, in dieser Nacht nie mehr nach Hause gekommen. Ich habe später dann erfahren, dass die Mädchen auf dem Nachhauseweg in einen falschen Bus eingestiegen sind. Der hat sie nicht in ihre Heimatdörfer gebracht, sondern in einem Ort etwa sechs Kilometer von unserem Zuhause entfernt. Und da war Enthaltestelle. Sie sind dann ausgestiegen und haben überlegt, was sie machen sollen. Und da hat ein Autofahrer neben ihnen angehalten und hat gefragt, wo sie hin möchten. Und wir haben damals in Schallstadt gewohnt. Und der Fahrer hat dann gesagt, also zwei von den Mädchen, die kann ja nach Hause fahren, deren Ortschaften liegen auf seinem Nachhauseweg. Aber um Steffi nach Hause zu bringen, wäre ihm der Unweg zu groß. Steffi hat dann gesagt, ja, das macht nichts. Ihr könnt ruhig mitfahren. Ich komme schon klar, meine Oma wohnt hier in dem Ort. Ich gehe zu meiner Oma. Und ansonsten habe ich auch ein Handy dabei, ich kann meine Mutter anrufen. Ob Steffi in dieser Nacht bei der Oma geschellt hat, und die Oma hat die Schelle nicht gehört, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist Steffi nach Hause gelaufen. Sie hat mich auch nicht angerufen, weil ich da gerade gesundheitlich nicht sehr gut drauf war. Und sie wollte mich wahrscheinlich in der Nacht nicht stören. Und sie ist nach Hause gelaufen, Richtung nach Hause gelaufen. Und als sie etwa ein Kilometer, anderthalb Kilometer von zu Hause entfernt war, hielt derselbe Fahrer wieder neben ihr an, der ihre Freundin nach Hause gebracht hat. Und er hat gesagt, er hat es sich anders überlegt, er möchte Steffi doch nach Hause bringen. Steffi ist zu mir eingestiegen. Und er hat sie nicht nach Hause gefahren, sondern er ist mit ihr auf dem nächsten Feldweg abgebogen. Und da hat er sie auf ganz, ganz grausame und furchtbare Weise ermordet. Als Steffi am nächsten Tag nicht nach Hause gekommen ist, habe ich ihre Freundin angerufen, mit denen sie unterwegs war. Die waren alle zu Hause, aber keiner wusste was von ihr. Ich bin dann mit Nadine im Auto die Gegend abgefahren. Wir waren bei der Oma, wir waren bei Freunden von ihr, wo ich gewusst habe, da hat sie schon mal übernachtet. Und nirgendwo war Steffi zu finden. Und wir konnten das nicht verstehen. Ich habe immer wieder versucht, auch sie auf dem Handy anzurufen. Sie hat nicht reagiert. Und am Abend bin ich dann zur Polizei gegangen, habe sie als vermisst gemeldet. Es hat noch mal einen Tag gedauert, bis dann ein Landwirt ihre Leiche auf diesem Feldweg gefunden hat. Als die Polizei kam und uns die Todesnachricht überbracht hat, ist für Nadine und mich eine Welt zusammengebrochen. Wir hätten nie geglaubt, dass sowas vorkommt, dass sowas geschieht. Und wir haben uns nicht vorstellen können, wie wir ohne Steffi leben sollten. Und es war auch so schlimm für uns, sie auf diese grausame Weise zu verlieren. Ich habe immer wissen wollen, was in dieser Nacht mit ihr geschehen ist. Und ich habe immer wieder versucht, mich so in ihre Lage, in ihre Not zu versetzen. Und es war furchtbar. Es hat mich so fertig gemacht. Nadine und ich, wir konnten dann nicht mehr schlafen. Wir haben keine Ruhe mehr gefunden, sobald es kamen die furchtbarsten Albträume. Sobald wir unsere Augen zugemacht haben, dann haben wir die schlimmsten Bilder gesehen. Und heute kann ich sagen, es war die Hölle. Es war das, was wir da gesehen haben, das war die Hölle. Wir haben uns Matratzen auf den Boden gelegt, haben ganz nah aneinander gekuschelt, versucht zu schlafen. Aber es war einfach nur furchtbar. Wir konnten uns nicht mal gegenseitig trösten. Wir haben den Fernseher laufen lassen, das Licht brennen lassen, Musik angehabt. Es hat alles nicht geholfen. Es war auch so, dass viele liebe Menschen uns helfen wollten. Sie haben uns besucht. Sie haben immer versucht zu fragen, was können wir für euch tun? Wenn sie wieder gegangen sind, dann haben wir gewusst, sie gehen jetzt in ihren Alltag zurück. Und unser Alltag war zerstört. Und das war dann nochmal schlimmer für uns auszuhalten. Wir konnten es auch nicht ertragen, dass Menschen uns nahe gekommen sind. Wir konnten nicht, wenn wir Termine hatten, in die Stadt gehen. Und es war nicht auszuhalten, dass Menschen in den Straßen an uns vorbeigegangen sind. Oder uns, wenn sie uns zu Hause besucht haben, umarmt haben. Es war alles furchtbar. Ich habe versucht, weiterhin arbeiten zu gehen. Ich habe Tabletten genommen, weil ich anders meinen Alltag gar nicht bewältigt hätte. Ich habe gedacht, ich muss arbeiten. Das muss ja irgendwie weitergehen. Ich hatte jede Menge Schulden auch. Und ich habe dann aber gemerkt, wenn ich bei der Arbeit war, da war überall Normalität. In meinem Leben gab es keine Normalität mehr. Es war unmöglich für mich, es auszuhalten, dass beim Mittagessen oder am Tisch, wenn ich mit den Kollegen zusammen war, sie sich über den Krimi vom letzten Abend unterhalten haben. Oder wenn jemand fröhlich und lustig war, haben wir das nicht ertragen. Nadine genauso wenig wie ich, weil wir gesagt haben, wir haben in unserem Leben keinen Grund mehr, fröhlich zu sein. Es sind viele Krankheiten gekommen. Es war so, dass nicht nur unsere Seele ein einziger Schmerz war, unser ganzer Körper wurde zu einem einzigen Schmerz. Ich habe viele Tabletten genommen, weil ich es anders gar nicht ausgehalten hätte. Ich habe auch versucht, eine Therapie zu machen, weil man mir in der Hilflosigkeit gesagt hat, macht ihr eine Therapie. Das war so etwa alles, was die Menschen fragen konnten. Das war ihre Art, ihre Hilflosigkeit auszudrücken. Und ich habe es versucht, eine Therapie zu machen. Aber es war so, als wenn man Salz in eine offene Wunde streut. Und da war so ein Schmerz da, den man sowieso schon kaum aushalten konnte. Und dann sollte man darüber reden. Und dann war es noch unerträglicher geworden. Manchmal habe ich gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich habe gedacht, es zerreißt alles innerlich in mir. Und dann hat die Therapeutin gesagt, die Zeit ist jetzt vorbei. Wir machen für nächste Woche einen neuen Termin. Und ich habe gesagt, das halte ich nicht aus. Das geht nicht. Und ich habe die Therapie abgebrochen. Nadine wollte gar nichts machen. Wenn sie Schmerzen hatte an ihrem Körper, sie hat sehr viele Rückenschmerzen gehabt und so Gelenkbeschwerden. Und ich bin mit ihr zum Arzt gegangen. Dann hat der Arzt uns nur hilflos angesehen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit ihr machen soll. Ich komme an sie nicht ran. Sie hat eine Mauer um sich herum gebaut und keiner kommt durch diese Mauer durch. Eigentlich wollten Nadine und ich nur noch sterben. Ich habe mir immer überlegt, wie ich mir wohl am schmerzlosesten mein Leben nehmen könnte. Habe es aber dann letztendlich nicht getan, weil ich Nadine nicht ganz alleine lassen wollte, weil ich ja gewusst habe, sie leidet genauso wie ich. Und es war uns auch kein Trost, dass der Täter sehr schnell gefasst wurde durch die Aussagen von Steffis Freundin. Und es kam dann zur Gerichtsverhandlung und Nadine und ich, wir haben gesagt, wir wollen zu dieser Verhandlung gehen, weil wir immer gespürt haben, dass die Polizei, die Anwälte und die Menschen, die uns betreut haben vom Weißen Ring, dass sie irgendetwas vor uns verheimlichen. Und wir haben gesagt, wir wollen wissen, was das ist. Und so sind wir zu der Verhandlung gegangen. Und heute muss ich sagen, es war ein Fehler, dass ich da Nadine mit hingenommen habe. Sie war ja damals erst 14, 15 Jahre alt. Wir haben alles erfahren, was in dieser Nacht geschehen ist. Alles. Und es war so furchtbar, es war unvorstellbar, was da geschehen ist. Es ging noch mal etwa ein Jahr, da war Nadine, die auch zur Außenseiterin in der Schule geworden ist, weil ihre Freundin nicht mehr wussten, wie sie mit ihr umgehen sollten. Sie war so am Ende ihrer Kräfte, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat. Es war einer der wenigen Tage, in denen ich bei der Arbeit war. Und wir wollten uns in der Stadt treffen, ich wollte sie da abholen. Und dann ruft sie mich an und hat gesagt, du brauchst da nicht hinzukommen, ich will dir nur sagen, ich beende jetzt mein Leben. Und dann hat sie den Hörer aufgelegt und ist auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Und ich habe nur gedacht, was muss noch alles passieren? Ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht mehr. Ich habe noch Freunde angerufen und habe gesagt, bitte komm ganz schnell zu uns nach Hause. Da passiert gerade etwas Furchtbares. Und ich bin dann weinend und schreiend nach Hause gefahren und komme nach Hause. und Nadine liegt im Bett und der Fernseher läuft. Und dann sage ich zu ihr, was machst du hier? Weißt du eigentlich, was du mir mit diesem Anruf angetan hast? Was hattest du denn vor? Und da sagt sie, wieso? Ich habe das gemacht, was ich dir gesagt habe. Guck hier, ich habe all diese Tabletten genommen. Ich will jetzt einschlafen und ich will nie wieder aufwachen. Und dann habe ich die ganzen leeren Packungen da gesehen. Und ich habe viele Tabletten genommen und schwere Tabletten, also wirklich richtige, starke Tabletten gegen Schmerzen, gegen Schlafstörungen, um wenigstens mal ein paar Stunden schlafen zu können. Die Antidepressiva, alles was wir zu Hause hatten, sie hat alles genommen. Es sollte ganz endgültig sein. Und dann kamen die Freunde von mir, haben mir geholfen, den Notarzt zu holen und sie ist dann auch sehr bald bewusstlos geworden. Ich war dabei, wie man ihr in der Kinderklinik in Freiburg den Magen ausgepumpt hat. Und was sehr erstaunlich war, war, dass sie am nächsten Tag wieder bei Bewusstsein war. Sie hatte noch einige Tage schlechte Leberwerte. Aber auch die haben sich erstaunlicherweise nach kurzer Zeit wieder ganz gut, sind ganz gut geworden. Und sie kamen dann von der Kinderklinik in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da war sie teilweise auf der geschlossenen Abteilung, weil man immer noch Angst hatte, dass sie wieder einen neuen Selbstmordversuch machen könnte. Man hat uns dann angeboten, da eine Therapie zu machen. Und ich wollte ja Nadine wiederhaben. Und deswegen habe ich dann gesagt, also gut, ich stimme dieser Therapie zu. Wir haben beide diese Therapie gemacht. Aber es hat auch nicht geholfen. Nadine hat dann angefangen, sich mit Rasierklingen die Arme aufzuritzen. Und sie hat gesagt, immer wenn das Blut fließt, dann hat sie seelisch etwas Erleichterung. Und manchmal hat sie sich so schlimm geritzt, dass wir gemeint haben, wir müssen jetzt zum Arzt fahren und das nähen lassen. Es war der 24. Oktober 2002. Da waren wir beide so am Ende unserer Kräfte. Es kamen noch sehr, sehr schwere finanzielle Probleme hinzu, dass wir gesagt haben, was sollen wir tun? Wir gehen jetzt noch zu einer Freundin, die uns mal ihre Hilfe angeboten hatte. Es ist die Mutter ihrer besten Freundin. Und wir bitten sie noch um Hilfe. Es war mir peinlich, sie um Geld zu fragen, aber es war mein letzter Ausweg. Und diese Freundin sagt dann zu uns, ja, ich weiß gar nicht, wie ich euch helfen soll. Es geht uns gerade finanziell auch nicht so gut. Und wenn ich euch und euer Leben so anschaue, dann gibt es eigentlich nur einen, der euch helfen kann. Und das ist Jesus Christus. Wenn ihr bereit seid, ihm euer Leben anzuvertrauen, dann kann er euch helfen und er wartet nur darauf. Und da Nadine und ich vorher alles ausprobiert haben, auch in der Esoterik durch Entspannungsmethoden und uns wirklich nichts geholfen hat, es nur immer schlimmer geworden ist, waren Nadine und ich an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wir versuchen es jetzt noch mit Jesus und wir können dann immer noch einen Weg finden, uns gemeinsam das Leben zu nehmen. Diese Freundin hat dann mit uns ein Gebet gebetet und sie hat dann gesagt, sprecht das dann bitte nach, Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser anzunehmen. Und Nadine und ich, wir haben an diesem Abend beide das Gebet gesprochen und als wir nach Hause gefahren sind, habe ich gemerkt, dass irgendetwas in mir sich verändert hat. Ich kann nicht sagen, was es war, aber ich weiß, irgendwie hatte ich in meinem Herzen ein Gefühl von Hoffnung bekommen. Ich habe gedacht, jetzt geht es weiter. Jetzt passiert irgendetwas Gutes. Wir durften in der folgenden Zeit dann sehr regelmäßig, sehr häufig diese Freundin besuchen. Sie hat viel mit uns gebetet, für uns gebetet. Sie hat uns gezeigt, wie man in der Bibel liest, wie man ein Leben lebt, wenn man Jesus liebt. Und dann sind Wunder geschehen, dann sind Heilungswunder geschehen und es sind Gebetserhörungen geschehen und es ging uns Schritt für Schritt besser. Und ich habe gemerkt in dieser Zeit, dass von diesem Gebet an, seitdem ich dieses Gebet gesprochen hatte, Jesus in meinem Leben lebendig geworden ist, real geworden ist, dass ich ihn erfahren habe, dass ich ihn spüren konnte. Und so wollte ich ihn kennenlernen. Ich habe mich anfangs noch nicht getraut, in die Gemeinde meiner Freundin zu gehen, in eine Pfingstgemeinde. Sie hatte Nadine und mich immer wieder eingeladen. Nadine war schon früher mit ihrer Freundin da im Kindergottesdienst gewesen und Nadine ging manchmal mit ihr dann in diese Gemeinde. Ich bin noch eine Zeit lang weiter in die evangelische Kirche gegangen und habe das auch lange Zeit, auch nach Steffis Tod so gemacht, weil ich niemandem begegnen wollte und weil ich auch keine Menschen um mich herum sitzen haben wollte, dass ich mich einfach ganz hinten hingesetzt habe. Ich bin zu spät hingegangen, bin früher dann vor Ende des Gottesdienstes wieder gegangen, um nur niemanden sehen oder begrüßen zu müssen, auch den Pfarrer nicht. Und dass ich auch immer so den Weg, so einen Fluchtweg zur Tür hatte. Aber irgendwann habe ich dann Mut bekommen, doch mal in die Pfingstgemeinde meiner Freundin zu gehen. Ich habe das genauso gemacht, dass ich später hingegangen bin, dass der Gottesdienst hatte da schon angefangen. Ich stand ganz hinten in einer Ecke und als ich gemerkt habe, der Gottesdienst geht zu Ende, dann bin ich gleich gegangen. Ich habe mich wohl gefühlt in dieser Gemeinde und dann bin ich auch wieder hingegangen und am nächsten Sonntag stand hinten in dieser Ecke ein Stuhl für mich. Und das war so ein schönes Zeichen. Es war so ein Zeichen, dass ich da willkommen bin und dass man sich auf mich freut. Und so habe ich es dann noch einige Zeit gemacht und an einem Sonntag gab es Abendmahl und da kam eine Frau mit dem Brot und dem Wein zu mir und hat mir das angeboten. Und dann war es so, da war das Eis gebrochen. Ich konnte das annehmen von ihr. Ich habe das Abendmahl genommen und ich konnte bleiben bis zum Ende des Gottesdienstes. Und dann konnte ich es ertragen, dass die Menschen mich begrüßt haben, dass sie gesagt haben, schön, dass du da bist, wir freuen uns über dich. Und von da an habe ich mich zu dieser Gemeinde dazugehörig gefühlt. Es haben viele liebe Menschen für Nadine und mich sehr, sehr liebevoll und sehr ausdauernd für uns gebetet. Und wir haben weiterhin das Wirken von Jesus in unserem Leben erfahren dürfen. Wir haben gespürt, dass er uns wirklich hilft. Es sind so viele Wunder geschehen. Und es hat mir dann auch eine Freundin, eine Bekannte eine Bibel geschenkt und ich habe eines Abends mal in dieser Bibel gelesen vor dem Einschlafen. Und ich bin über dem Lesen der Bibel eingeschlafen und ich konnte tatsächlich mal ein paar Stunden ohne Albträume schlafen und bin am nächsten Morgen so erfrischt aufgewacht, dass ich gedacht habe, das war ein Zufall. Ich konnte sogar arbeiten gehen und habe Kraft gehabt für den ganzen Tag und habe aber gedacht, das war Zufall und habe das am nächsten Abend wieder probiert. und dann habe ich gemerkt, es hat wieder funktioniert. Und von da an habe ich angefangen, selber in der Bibel zu lesen. Ich wollte Jesus kennenlernen. Ich wollte wissen, wie er ist. Und es war auch oft so, dass er durch das Lesen, durch diese Worte, die ich gelesen habe, zu mir gesprochen hat, in meine Situationen hinein. Und so kam auch der Wunsch in mich, dass ich mich taufen lassen wollte, so wie Jesus im Jordan getauft worden ist. Und es gab dann so eine Tauchvorbereitung in unserer Gemeinde und eine sehr, sehr liebe Frau hat da für mich mit mir so diesen Grundkurs gemacht, um mich darauf vorzubereiten. Und ein Thema war auch Vergebung. Und es gab viele Menschen in meinem Leben, den ich da schon vergeben konnte, weil ich die Liebe von Jesus und sein Wirken in meinem Leben so stark gespürt habe. Und eines Tages hat die Frau mich dann auch gefragt, kannst du auch dem Mörder deiner Tochter vergeben? Und dann habe ich nachgedacht und habe gedacht, nein, das kann ich nicht, das ist mir zu schwer. Und dann sagt sie zu mir, ja, aber Jesus hat doch schon so viel für dich getan in deinem Leben und er liebt dich doch so und du liebst ihn. Vielleicht kannst du aus Gehorsam zu Jesus vergeben. Du siehst hier in der Bibel, sie hat mir viele Bibelstellen gezeigt und ich habe sie auch selber immer wieder gelesen, wie wichtig es für Jesus ist, dass wir unseren Feinden vergeben und dass wir unseren Feinden Gutes tun und dass wir für sie beten. Und dann habe ich gesagt, ja, aus Gehorsam kann ich ihm vergeben. Ich habe das auch im Gebet ausgesprochen. Und kurz vor der Taufe war es so, dass ich sehr fragend geworden bin. Es kamen nochmal so Zweifel. Ich habe angefangen, mit Jesus so zu sprechen, als wenn er wie ein Partner, ein guter Freund vor mir gestanden wäre, neben mir gesessen ist oder immer bei mir ist und ich habe so Zwiegespräche mit ihm begonnen. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, was hat das für einen Sinn, dass Nadine und ich jetzt gerettet sind und dass wir bei dir in der Ewigkeit leben werden, wenn ich nicht weiß, was mit Steffi ist. Und dazu möchte ich nochmal etwas zurückgehen. In einer Zeit vor meiner Bekehrung habe ich in der evangelischen Kirche während eines Gottesdienstes von Steffi eine Vision gehabt. Da erschien während des Gottesdienstes auf einmal mitten im Raum eine große Leinwand und darauf erschien Steffis Gesicht. Sie hat nichts gesagt zu mir, aber sie hat mich so schön angestrahlt und so friedlich ausgesehen. Sie hat so ein hübsches Lächeln gehabt und ihre Augen haben so viel Frieden ausgestrahlt und so viel Freude, dass ich damals gedacht habe, jemand kann nur so aussehen, wenn er ganz nah bei Gott lebt. Und ich habe gesagt, danke Gott, dass du mir das gezeigt hast, dass ich wissen darf, dass sie bei dir ist. Aber als ich dann selber in der Bibel gelesen habe, habe ich gelesen und auch Freunde haben mir das bestätigt, nur wer sein Leben Jesus übergibt und für die Vergebung seiner Sünden bittet, nur wer sich bekehrt, wird durch Jesus den Weg zum Vater haben, in die ewige Herrlichkeit. Und ich habe an einem Tag gesagt, wo ich so richtig verzweifelt noch mal war und in Depressionen gefallen bin, Jesus, was ist mit Steffi? Ich möchte so gerne wissen, was mit Steffi ist. Und in dem Moment war es so, als wenn er mich an meine Hand nimmt und er zieht mich vom Sofa hoch, wo ich gesessen bin und gebetet und geweint habe und er führt mich an meinen Wohnzimmerschrank und ich fasse an diesen Wohnzimmerschrank hinein und nehme diese kleine Gideon-Bibel in die Hand. Die hatte ich mal in Steffis Zimmer gefunden, beim Aufräumen. Und ich wusste gar nicht, dass wir diese Bibel noch haben und ich hatte sie vielleicht ein paar Mal vorher in der Hand, aber an diesem Tag habe ich sie genommen und ich habe sie aufgeschlagen und ich habe sie genau an der Stelle aufgeschlagen, an der Steffi im Alter von elf Jahren ein Gebet unterschrieben hat, Jesus Christus als meinen Herrn und der Retter anzunehmen. Und in diesem Moment sagt Jesus zu mir, guck mal hier, hast du es schwarz auf weiß. Ich habe für alles gesorgt. Es geht Steffi gut, sie ist bei mir und du kannst ganz beruhigt sein. Und dann habe ich so eine Freude gehabt. Ich habe so eine Freude in meinem Herzen gehabt und ich habe Jesus gedankt dafür und es konnte gar nicht mehr besser sein in meinem Leben. Ich habe jetzt gewusst, mit Steffi ist alles in Ordnung, mit Nadine ist alles in Ordnung und ich wollte Jesus nur noch folgen. Ich habe ihn so lieb und ich habe mich so gefreut über all das, was er in meinem Leben getan hat und tut und ich weiß auch, er wird noch ganz viel für mich tun. Ich habe an diesem Tag getanzt in der Wohnung und Freude gehabt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich habe mich auch voller Freude taufen lassen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte gerne auch anderen Menschen das weitergeben, was du mir gegeben hast. Ich möchte, dass andere Menschen das auch erfahren. Und so bin ich in den Gebetsdienst unserer Gemeinde gekommen und da gibt Jesus mir eines Tages einen Auftrag. Er sagt zu mir, sage ihnen, dass ich sie liebe. Und er hat das nicht nur einmal gesagt, er hat das öfter gesagt, sage ihnen, dass ich sie liebe. Und dann habe ich angefangen, das wirklich bei jeder Gelegenheit zu sagen. Weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Weißt du eigentlich, was Jesus schon alles für dich getan hat und was er jetzt gerade in diesem Moment gerne für dich tun möchte? Und ich möchte das auch hier heute zu allen sagen, die hier sind. Weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Egal, wie die Situation in deinem Leben gerade ist. Egal, wie du dich fühlst oder was du gemacht hast. Jesus liebt dich. Und ja, er hat so gute Gedanken über dir und er steht vor dir und er möchte dich in seine Arme nehmen. Lass es zu. Lass dich von Jesus lieben. Und dein Leben wird reich. Ich habe dann auch gemerkt, dass Jesus immer, wenn ich so in eine neue Aufgabe oder in eine neue Situation in meinem Leben hineingekommen bin, dass er mich da vorbereitet hat. Er hat mich immer Schritt für Schritt vorbereitet. Ich habe immer wieder dieselben Bibelstellen gelesen oder solche, die einander ähnlich sind oder ich habe Dinge gehört, die so immer wieder das gleiche Thema hatten. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und so kam es auch im Jahr 2005, dass ich nach einem Gottesdienst, in dem es über Vergebung ging, aufstehen konnte und habe Jesus meine Hände entgegengehalten und habe gesagt, Jesus, heute bin ich bereit. Ich kann dem Mörder meiner Tochter aus vollem und ganzem Herzen vergeben. Und ich vergebe ihm jetzt. Und nach diesem Gottesdienst, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gespürt, da ist eine ganz große Last noch mal von mir abgefallen. Es ist noch mal mehr Heilung geschehen. Es sind noch mal Krankheiten, die noch da waren, Schmerzen, die immer noch irgendwo in meinem Körper waren. Die sind ganz weggegangen. Es war alles so ein Prozess. Es ging alles so stückweise. Und so ist auch nach dieser Vergebung noch mal ganz viel in meinem Leben geschehen. Und meine Beziehung zu Jesus ist auch dadurch noch tiefer geworden. Und dann fing er an, mich auf etwas Neues vorzubereiten. Und zwar habe ich, wenn ich Bibel gelesen habe, immer wieder das Wort in Jesaja 61, Vers 1 gelesen. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Besonders dieses Wort zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Ich habe von dem Moment an, als ich diese Vergebung ausgesprochen habe, gewusst, dass Jesus etwas Besonderes mit mir vorhat, mit meinem Leben. und es kam so eine Ahnung in mir hoch und die hat sich dann auch bestätigt, als ich im Jahr 2007 in Freiburg in eine neue Gemeinde gegangen bin. Ich habe nicht verstanden, warum, aber schon bald habe ich gemerkt, da sind Menschen, die ins Freiburger Gefängnis gehen, um da das Evangelium hinzubringen, auch mein Pastor. Und so bin ich eines Tages zu meinem Pastor gegangen und habe ihm meine ganze Geschichte erzählt. Ich wollte einfach, dass er mich kennenlernt. Es war auch so, dass Nadine zur gleichen Zeit wie ich auch die Gemeinde gewechselt hat, sodass wir auch jetzt wieder gemeinsam in dieselbe Gemeinde gehen. Ja, und ich habe meinem Pastor alles erzählt, was in unserem Leben geschehen ist. Und am Schluss habe ich gesagt zu ihm, vielleicht hat Jesus mich ja hierher in eure Gemeinde gebracht, damit ich mit euch ins Gefängnis gehe. und der Pastor ist Afrikaner, er ist recht locker drauf und er hat gleich spontan zu mir gesagt, ja gut, geh doch mit. Und ich habe gesagt, ja, mal langsam, ich möchte das noch prüfen, ich will noch darüber beten, ich möchte da ganz sicher sein. Aber ich habe in meinem Herzen gewusst, das ist der Weg, den Jesus von mir möchte, dass ich ihn gehe. Er hat mich darauf vorbereitet. Und so habe ich kurze Zeit später mich mit dem Leiter einer Organisation verabredet. Das heißt Schwarzes Kreuz. Das ist eine christliche straffälligen Hilfe in Deutschland. Es gibt einen Arbeitszweig in Freiburg und da sind Menschen aus verschiedenen Freiburger Gemeinden, die da zusammenkommen, um in das Gefängnis zu gehen und die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Mein Pastor hat mir dieses Treffen vermittelt und der Leiter ist selber Rechtsanwalt und er hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe deine Geschichte verfolgt, allein schon von Berufswegen und es war ja wirklich furchtbar, was mit euch geschehen ist. Und jetzt sitzt du hier vor mir und sagst, du willst mit mir ins Gefängnis gehen. Das hier ist ein Männergefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis, da sind für Baden-Württemberg all die Täter mit den schlimmsten und schwersten Strafen untergebracht, mit den schwersten kriminellen Handlungen. Mutest du dir nicht zu viel zu? Und ich habe ihm erzählt, wie Jesus mich geheilt hat und wie diese Vergebung mich geheilt hat und dass ich vollkommen versöhnt bin mit meiner Vergangenheit durch die Liebe von Jesus und durch alles, was er in meinem Leben getan hat. Und er hat das gesehen, er konnte das erkennen und er hat gesagt, ja, ich freue mich, dass du als Mitarbeiterin bei uns mitmachen möchtest. ich werde dich anmelden, das wird einen bürokratischen Weg gehen, wir müssen da ein paar Wochen warten. Und heute ist zufällig ein ehemaliger Gefangener hier, ein mehrfacher Mörder, der hat seine Strafe abgesessen, ich möchte dich jetzt gerne mit ihm bekannt machen. Und ich habe gewusst, das ist ein Test für mich, wie ich darauf reagiere, aber ich wollte dann in diesem Moment auch wissen, wie geht es mir, wenn ich so einem Menschen gegenüberstehe. Und dann habe ich zu meinem Leiter gesagt, ja, bitte ihn doch herein, ich möchte ihn gerne kennenlernen. Als der Mann reinkam, haben wir uns begrüßt und wir konnten gleich miteinander reden, als wenn wir uns schon jahrelang gekannt hätten. Er ist ein älterer, freundlicher Herr und wir hatten gleich auch ein gemeinsames Gesprächsthema. Und was mich erstaunt hat, das war, dass ich in dieser Zeit, wo ich mit ihm geredet habe, so eine Liebe hatte in meinem Herzen, so eine Wärme gefühlt habe und eine ganz tiefe Liebe gespürt habe. Später dann auf dem Nachhauseweg habe ich Jesus wieder gefragt, was war das, was hat das bedeutet oder was wolltest du mir damit zeigen, mit dem, was da in meinem Herzen geschehen ist. Und dann hat Jesus zu mir gesagt, das ist die Liebe, die ich für diese Menschen habe. Und ich möchte, dass du diese Liebe in das Gefängnis bringst. Und das hat mich sehr ermutigt, sehr gestärkt und sehr glücklich gemacht. Und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Dienst. Aber ich konnte, ich habe nicht gleich diese Zulassung bekommen. Es hat noch gedauert. Die ist auch dann auf dem bürokratischen Wege, ist dieser Antrag erst mal verloren gegangen, musste neu gestellt werden. Und dann habe ich gesagt, Jesus, du möchtest, dass ich ins Gefängnis gehe. Du wirst das auch möglich machen, dass ich die Erlaubnis bekomme. Und dann war noch mal ein Ereignis in der Zwischenzeit, eine Freizeit vom Schwarzen Kreuz mit ehemaligen Gefangenen, mit Angehörigen von Gefangenen und mit allen Mitarbeitern und ihren Familienangehörigen. Angehörigen und ich war dann auch dabei. Ich habe die Männer kennengelernt, die dann schon freigelassen wurden und die so dankbar waren, dass Jesus ihnen neues Leben geschenkt hat und ihre Dankbarkeit und ihre Freude so ausgestrahlt haben und auch ausgedrückt haben durch Zeugnisse und durch ihr ganzes Leben. Und ich durfte an einem Abend auch mein Zeugnis erzählen und hinterher stand ein junger Mann etwas abseits und ich habe gesehen, dass er weint. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, was ist mit dir? Ich habe auch gleich wieder so eine ganz tiefe Liebe für ihn gespürt und ja, es hat mir wehgetan, dass er so geweint hat. Und dann sagt er zu mir, weißt du, ich habe im Drogenrausch auch jemanden umgebracht und ich würde das so gerne wieder gut machen und ich kann es nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal, Jesus hat mit meiner Tochter auch seinen Weg gehabt. Ich habe diese Bibel dabei gehabt, weil die mein ganz großer Schatz ist und habe sie ihm gezeigt und habe gesagt, schau mal, Jesus hat das für mich getan. Das kann er auch für deinen Opfer getan haben. Nimm doch du einfach jetzt das neue Leben an, das Jesus dir geschenkt hat und lebe dein Leben in dieser Vergebung, die Jesus dir geschenkt hat. Und ich habe dann für ihn gebetet und nach einiger Zeit hat er mich dann gefragt, darf ich mal fragen, wie denn der Mörder deiner Tochter heißt? Und ich habe ihm gesagt, ja, ich habe ihm den Namen genannt. Und dann guckt er mich ganz groß an und sagt, mit dem war ich in einer Zelle. Und dann habe ich erst mal geschluckt und habe gedacht, also ich spreche dann auch so von Herz zu Herz mit Jesus und habe dann gesagt, also dass ich jetzt hier ins Freiburger Gefängnis gehe, ist ja eine Sache, aber dass ich jetzt auch weiß, dass der Mann hier in Freiburg im Gefängnis ist, das ist jetzt doch schon für mich so, dass ich erst mal darüber nachdenken möchte. Als ich dann alleine war, bin ich wieder so ins Gebet mit Jesus gegangen und dann sagt er zu mir, ich möchte, dass du weißt, dass dieser Mann in Freiburg im Gefängnis ist und du wirst ihm begegnen. Und dann war die Sache für mich gut, weil dann habe ich gewusst, jetzt bin ich vorbereitet. Ich habe bis dahin nicht gewusst, in welchem Gefängnis in Deutschland dieser Mann untergebracht ist, weil das aus Sicherheitsgründen geheim gehalten wird vor den Angehörigen. Aber da habe ich gewusst, Jesus hat mich auch darauf wieder ganz liebevoll und wunderbar vorbereitet. Er lässt mich nicht einfach irgendwo hingehen und ich bin dann überrascht, sondern es ist wirklich einzigartig, wie er mich immer wieder begleitet. Ja, und dann vergingen keine zwei Wochen. Dann kam die Erlaubnis, dass ich ins Gefängnis als ehrenamtliche Mitarbeiterin kommen dürfte und habe dann zum ersten Mal die Gefangenen da besucht, zusammen mit dieser ganzen Gruppe vom Schwarzen Kreuz und ich bin so freundlich aufgenommen worden. Die Männer da haben mich so liebevoll begrüßt. Viele, die sich schon für Jesus entschieden haben und die brennend sind im Herzen, im Heiligen Geist, brennend sind und Jesus folgen und so dankbar sind dafür, dass er ihnen neues Leben geschenkt hat. und dann andere wieder, die noch zweifeln und andere, die einfach nur kommen aus Neugierde, um zu gucken, was in der Gruppe so läuft und im Laufe der Wochen und Monate habe ich dann gemerkt, wie schön das ist, diesen Menschen, die so oft auch am Ende ihres Lebens sind, voller Hoffnungslosigkeit, keine Perspektive mehr haben, zu sagen, es gibt Hoffnung für dich, es gibt jemanden, der dich liebt, weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt und wie sich dann auch ihre Gesichtszüge verändern, wie sie weicher werden, wie dann auch mal ein Lächeln oder ein Strahlen in dieses Gesicht hineinkommt. Und es ist immer schön, wenn jemand sich entscheidet und dieses Gebet mit uns betet, Jesus Christus als seinen Heiland und Ritter anzunehmen. nur dieser eine Mann, auf den ich immer gewartet habe, der kam nicht. Mich haben dann auch im Laufe der Zeit einige Gefangene angesprochen, weil sie von ihren Angehörigen dann gehört hatten, von meinem Zeugnis und dass ich quasi als Opfer zu ihnen, zu den Tätern komme, um mit ihnen meine Freizeit zu teilen, um mit ihnen meine Liebe zu Jesus zu teilen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte diesen Mann gerne kennenlernen und sie haben gesagt, wir kennen ihn, aber es ist besser, wenn du ihn nicht triffst. Er ist sehr grausam, sehr brutal, sehr jetzornig und außerdem ist er sehr schwer krank. Er hat Krebs. Man hat ihn an einem Gehirntumor operiert und man weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat, weil der Krebs schon in seinem Körper streut. Er kann nicht mehr richtig sprechen und er hat einen Großteil seines Gedächtnisses verloren und ich habe gesagt, gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass ihr ihn einladet, dass er in unsere Gruppe kommt. Und sie haben es auch getan, sie haben ihn immer mal wieder getroffen, aber er kam nicht in die Gruppe. Weihnachten 2008 hatte ich dann so den Eindruck, es ist nicht mehr viel Zeit. Ich möchte, ich habe mich dann hingesetzt und habe ihm einen Brief geschrieben und da habe ich all das reingeschrieben, was ich ihm eigentlich sagen wollte, persönlich sagen wollte. Und ich habe auch das Gebet reingeschrieben, Jesus Christus als mein Heiland und der Retter anzunehmen. Und diesen Brief habe ich an einen meiner sehr, sehr lieben Brüder im Gefängnis geschickt und habe gesagt, bitte geh zu dem Mann, lies ihm meinen Brief vor und bete mit ihm, auch wenn du denkst, er hört dich nicht oder er reagiert nicht auf das Gebet, aber bete mit ihm. Es ist so wichtig. Als wir nach der Weihnachtspause dann im Januar 2009 wieder zum ersten Mal ins Gefängnis kamen, sagte dieser wunderbare Bruder zu mir, ich habe drei Anträge gestellt, um auf die Krankenstation zugelassen zu werden. Die Gefängnisleitung hat alle drei Anträge abgelehnt. Ich habe den Mann nicht besuchen können. Ich kann dir leider nicht helfen. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe wieder zu Jesus gesagt, ich weiß ganz sicher in meinem Herzen, ich werde diesem Mann noch begegnen und ich habe ihm etwas zu sagen und ich bin einfach gespannt, wie du das wieder machst. Und es vergingen keine zwei Wochen, da kam ein Anruf vom Oberstaatsanwalt und er sagt zu mir, er möchte gern mein Einverständnis haben, ob man den Täter, der im Endstadium Krebs hat, zum Sterben aus dem Gefängnis nach Hause entlassen darf. Und ich habe sofort gesagt, ja, ich bin einverstanden. Als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, gut, wenn ich dem Mann nicht im Gefängnis begegnen kann, dann kann ich ihm vielleicht zu Hause begegnen. Und ich hatte seine Familie von den Gerichtsverhandlungen her nicht in guter Erinnerung, aber ich habe gesagt, Jesus, du möchtest, dass ich ihm begegne und dass ich ihm das sage, was ich auf dem Herzen habe, dann wirst du mir auch dabei helfen. Ich habe dann den Oberstaatsanwalt wieder angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne die Adresse dieses Mannes, ich möchte ihn gerne besuchen. Und der Oberstaatsanwalt, der war sichtlich irritiert und hat zu mir gesagt, ich kann nicht gleich entscheiden, ob sie ihn besuchen können, ich muss mir das erst überlegen. Er wird mich dann wieder anrufen, er hat sich meine Telefonnummer aufgeschrieben und ein paar Tage später habe ich erfahren, dass er nach meinem Anruf ganz aufgeregt in die Teeküche gegangen ist und da saß ein anderer Staatsanwalt und der ist Christ, dieser Staatsanwalt. Und der Oberstaatsanwalt sagt zu ihm, Sie glauben gar nicht, was ich gerade für einen Anruf erhalten habe, da will sich doch die Mutter des Opfers mit dem Täter treffen. Was ist, wenn die sich noch an ihm rächen will, wenn die noch irgendeine Dummheit begeht? Das kann ich doch nicht zulassen. Und dieser Staatsanwalt, der geht in eine Nachbargemeinde in Freiburg und er ist sonntags eigentlich immer in seiner Gemeinde, aber zwei Wochen vorher war er Gast in unserer Gemeinde. An einem Sonntag, als mein Pastor mich gebeten hat, mein Zeugnis zu erzählen, weil er über Vergebung predigen wollte. Nach dem Gottesdienst kam der Staatsanwalt zu mir hin und hat gesagt, wir kannten uns nur vom Sehen bis dahin, ich wusste ja gar nicht, dass ihr das seid, ich kenne doch diese Geschichte von damals und jetzt darf ich dich hier stehen sehen, vollkommen geheilt von Jesus und versöhnt mit deiner Vergangenheit und deine Tochter auch, sie strahlt so und man sieht die Liebe von Jesus in ihr und ich freue mich so, dass ihr ein neues Leben von Jesus bekommen habt und dass wir uns auf diese Weise jetzt mal besser kennenlernen. dieser Mann konnte dem Oberstaatsanwalt sagen, ich kenne die Frau. Sie meint es ehrlich und sie können dieser Begegnung ruhig zustimmen. Dann hat der Oberstaatsanwalt mich zurückgerufen und hat gesagt, also er ist einverstanden, ich möchte das Treffen mit der Frau des Täters arrangieren, weil sie wollte ihn pflegen, sie wollte ihn nach Hause holen, sie hat die ganzen Jahre über zu ihrem Mann gehalten und sie war auch bereit, dass er mir ihre Telefonnummer geben konnte. Ich habe die Frau dann auch gleich angerufen und sie war sehr unsicher, ich wusste nicht so richtig, wie sie mir begegnen sollte und dann habe ich gesagt, es ist heute Donnerstag, ich nehme mir am Montag einen Tag Urlaub und dann möchte ich mich gerne mit ihr und ihrem Mann treffen, ich würde ihnen gerne was sagen und das war okay für sie und ich habe gesagt, ich rufe sie am Sonntag nochmal an, ob das auch alles so in Ordnung ist und an diesem Donnerstagabend ruft mich der Leiter vom Schwarzen Kreuz an und er sagt zu mir, du Ursula, stell dir vor, heute ruft mich ein Ältester meiner Gemeinde an, der ist Krankenpfleger in einem Krankenhaus und auf seiner Station liegt ein Mann unter Bewachung aus dem Gefängnis und der ruft mich heute an und sagt, was muss denn ein Mensch getan haben, damit er lebenslängliche Strafe bekommt und ich habe ihm gesagt, ja, so jemanden umgebracht haben oder was Schlimmeres, ja, und dann hat er gesagt, ja, so einer liegt gerade bei uns auf der Station und er sagt, mein Leiter zu ihm, ach, ist das der sowieso und er sagt, der Krankenpfleger, woher weißt du das, ich habe doch keinen Namen genannt, ich darf doch keinen Namen nennen und dann sagt der Martin, weißt du, wir beten gerade sehr intensiv für eine ganz spezielle Begegnung und hat ihm das Ganze erzählt, denn in dieser Zeit haben viele, viele liebe Menschen für mich und für diese Begegnung gebetet und dann sagt der Martin zu mir, am besten gehst du gleich noch an diesem Wochenende in das Krankenhaus, besuchst ihn, wer weiß, ob der am Montag noch lebt, wer weiß, ob die ihn nicht wieder vielleicht verlegen, aus Angst, weil es könnte rauskommen, dass er nicht im Gefängnis ist mehr und dann habe ich nachgedacht und dann habe ich gesehen an all diesen, es sind große Wunder für mich, wirklich große Wunder, an denen ich erkannt habe, dass Jesus dieses Treffen persönlich vorbereitet hat und ich habe in meinem Herzen gespürt, wie wichtig für Jesus es ist, dass ich zu dem Mann gehe und mit ihm rede. Ich hätte es nicht tun müssen, ich habe die freie Wahl gehabt, ich hätte auch Nein sagen können dazu, aber ich habe es selber tun wollen und ich habe an all diesen Dingen, die so wie Mosaiksteine dann so zusammen kamen, gesehen, dass Jesus selber dieses Treffen vorbereitet hat und ich habe zu Martin gesagt, es läuft alles seinen guten Weg, Jesus hat das alles vorbereitet, es läuft seinen offiziellen Weg über die Behörden und ich werde bis Montag warten und es wird alles gut. Am Montagmorgen habe ich mich dann mit der Frau in Gegenwart einer Sozialarbeiterin getroffen, ich konnte den Frauen zum ersten Mal erzählen, schon wie Jesus mein Leben verändert hat und dann sind wir zusammen ins Krankenhaus gegangen und da war der katholische Gefängnisseelsorger schon vorher im Zimmer bei dem Mann und man hatte mir gesagt, also die Gefängnisleitung besteht darauf, dass er bei dem Treffen dabei ist, vielleicht hatte man immer noch Angst, ich könnte ihm irgendetwas antun und ich habe nur gesagt, Herr, es ist alles in deinen Händen und es wird gut werden. Der Seelsorger hat den Mann vorbereitet, der hat ihm erklärt, wer ich bin, wer ihn jetzt besuchen kommt und als ich in das Zimmer reingekommen bin, lag der Mann im Bett und er streckt mir seine Hand entgegen und ich gehe hin und ich begrüße ihn, ich nehme seine Hand und dann sagt er zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid und dann sage ich zu ihm, ja genau aus diesem Grunde bin ich heute hier, ich möchte ihm sagen, dass ich ihm vergeben habe und dass es jemanden gibt, der ihm auch vergeben möchte und das ist Jesus Christus. Jesus hat den Krankenpfleger auch dazu benutzt, jedes Mal, wenn er in das Zimmer kam, den Menschen das Evangelium zu erzählen und so war der Mann schon vorbereitet und er sagt zu mir, ja, ich möchte das gerne tun, aber ich weiß nicht, wie kann ich das denn machen und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne für ihn beten und während wir uns an der Hand gehalten haben und er hat die ganze Zeit meine Hand gestreichelt und es sind ihm die Tränen über die Wangen gelaufen, dann habe ich dieses Gebet gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen und am Schluss habe ich zu ihm gesagt, können Sie jetzt ja sagen zu Jesus, können Sie ja sagen zu Jesus und er sagt, ja, ja, das will ich, ja, ich will, ja, ich will und das kam so aus seinem Herzen und dann habe ich so eine Freude gehabt und ich habe schon vorher, auch die ganze Zeit vorher, diese Liebe und diese Wärme wieder in meinem Herzen gespürt für diesen Mann, der da vor mir im Bett lag und es war so übernatürlich und so wunderschön und ich habe dann noch für ihn gebetet und habe gesagt, Jesus, er ist jetzt heute dein Kind geworden, ich befehle Ihnen deine Hände, ich bitte dich, kümmer du dich von heute an um ihn und sorge für ihn, dass er keine Angst haben braucht, vielleicht möchtest du ihn sogar heilen, das wäre ein großes Zeugnis, aber ich gebe ihn jetzt einfach in deine Hände und dann habe ich gemerkt, wie die Herrlichkeit Gottes diesen Raum erfüllt hat. Es ist so hell geworden in diesem Raum und ich hatte das Gefühl, als wenn Jesus selber neben mir am Bett gestanden hätte und hat unsere Hände gehalten und es war so ein Friede da und es war so eine besondere Atmosphäre da, ich glaube, der ganze Raum war voller Engel und die Gegenwart Gottes war so stark spürbar, wie ich es selten in dieser Art erlebt habe. Und ich wollte da überhaupt nicht mehr weg, ich habe gedacht, es ist so schön hier. Es war schon so ein kleiner Einblick in die Ewigkeit. Aber nach einiger Zeit habe ich gedacht, es waren doch noch mehr Menschen mit mir hier in diesem Raum und irgendwann habe ich mich dann mal umgedreht und dann habe ich gesehen, dass sie ganz tief in ihrem Herzen berührt waren und dass sie auch die Gegenwart Gottes gespürt haben. Und die Erste, die wieder reden konnte, das war die Sozialarbeiterin, die hat zu mir gesagt, ich bin so froh, dass ich heute hier sein konnte. Ich hätte nie geglaubt, dass es so etwas gibt. Und ich habe dann sie und die Frau gefragt, möchten Sie auch heute Kinder Gottes werden? Möchten Sie heute auch Ja sagen zu Jesus? Und beide haben gesagt, ja, das wollen wir. Und dann kam der Gefängnisseelsorger auf mich zu und er nimmt meine Hand und er schüttelt meine Hand und er strahlt mich an aus Augen, dass ich gedacht habe, Jesus guckt mich jetzt gerade aus diesen Augen an und er sagt zu mir, das war ja jetzt ein Wunder Gottes, das war ein Wunder Gottes. Und wir haben so eine Freude gehabt, alle. Und dann haben wir uns um das Bett herumgestellt, haben uns an den Händen gehalten und haben gemeinsam das Vaterunser gebetet. Ich habe gefragt, kann ich noch ein bisschen hierbleiben? Ich wollte einfach aus dieser Gegenwart Gottes nicht weggehen. Ich bin noch eine Weile da sitzen geblieben und jeder hat das so in sich aufgenommen und gefühlt. Und der Mann, der im Bett gelegen ist, ich habe so, man sah ihm das an, er ist schon wie in einer anderen Welt gewesen. Und er sah auch ganz entspannt und glücklich und zufrieden aus. Und nach einiger Zeit habe ich mich dann verabschiedet. Und ich konnte nicht gleich mich ins Auto setzen und in den Verkehr hinausfahren. Ich habe mir erst mal eine ruhige Ecke in dem Krankenhaus gesucht und habe Jesus gedankt dafür, was da geschehen ist und habe gesagt, ich bin so dankbar für das, was hier heute geschehen ist. Ich hatte so eine Freude in mir. Ich konnte mich kaum beherrschen. Ich hätte am liebsten wieder getanzt und gejubelt und bin dann nach Hause gefahren. Da hat Nadine auf mich gewartet und sie hat gewusst, dass ich diesen Mann besuche. Ich habe sie vorher gefragt, hast du eine Botschaft? Möchtest du mir irgendwas für ihn mitgeben? Und sie hat gesagt, nein, das mache ich auf meine Weise. Aber wenn du gehen möchtest, dann geh. Das ist in Ordnung für mich. Sie hatte an diesem Tag Geburtstag und sie hat auf mich gewartet und hat mich dann sehr prüfend angeguckt, als ich nach Hause gekommen bin, wie es mir wohl geht. Und dann hat sie diese Freude in mir gesehen und dann hat sie sich mit mir gefreut und dann haben wir noch einen richtig schönen Geburtstag gefeiert miteinander. 14 Tage später ist der Mann gestorben und ich habe gewusst, er ist jetzt in der ewigen Herrlichkeit und er ist da auch Steffi schon begegnet. Und ich habe auch gewusst, das ist für Steffi kein Problem. Jesus hat mich auch auf eine Weise immer wieder getröstet, indem er mir Eigenschaften von ihr gezeigt hat in der Bibel, Charaktereigenschaften mit den Verheißungen, die damit verbunden sind. Und eine ihrer Charaktereigenschaften war, dass sie eine Friedenstifterin war. Das stand sogar im Nachruf von ihrer Schule. Und es heißt, Friedenstifter werden Kinder Gottes genannt. Und ich weiß, für sie ist es ganz okay, diesem Mann da zu begegnen und mit ihm da zusammen zu sein. Und ich weiß, dass sie genauso Freude darüber hat, wie ich auch. Und wie Nadine auch. Und so kann ich nur sagen, all das, was geschehen ist, vielleicht klingt es unglaubwürdig, aber wenn man sich Jesus anvertraut, dann ist alles möglich. Und ich gebe ihm die Ehre. Es ist mein Dank jedes Mal, wenn ich das erzählen darf. Es ist mein Dank an ihn für alles, was er für uns getan hat. Ich möchte zum Abschluss gerne noch ein Gebet mit uns allen sprechen. Ich weiß, dass jeder von uns im Lauf seines Lebens von Menschen verletzt wurde. Vielleicht schwerer, vielleicht weniger schwer. Aber es gibt immer Menschen, die wir vielleicht noch nicht loslassen konnten, denen wir diese Vergebung noch nicht aussprechen konnten. Und ich möchte sagen, heute ist jetzt die Zeit, dass du das tun kannst. Und wenn es dir noch schwer fällt, dann denke daran, was Jesus alles für uns getan hat, damit uns vergeben wurde. Sein Tod am Kreuz vergibt unsere Schuld. Und er hat uns diese Vergebung immer wieder vorgelebt. Er spricht in der Bibel über so viele Gleichnisse, die über Vergebung handeln. Er hat zu den Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben und furchtbare Schmerzen und Qualen zugefügt haben, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat zu diesem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz sterben musste, gesagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das heißt, er hat ihm auch seine Schuld vergeben. Und so frage ich jetzt heute, wer sind denn wir, dass wir nicht vergeben können oder vergeben wollen? Jesus drückt es immer wieder aus, wie wichtig es ist, weil wir, solange wir noch nicht vergeben haben, gebunden sind an diese Menschen. Und unser Leben schwer ist auf Bitterkeit und ein hartes Herz da ist. Aber Jesus möchte dieses harte Herz heilen und er möchte all die Bitterkeit und all das, was uns dadurch belastet, von uns nehmen. Und so möchte ich dir jetzt ermutigen, dass du mal in dein Herz hinein hörst, wem sollte ich heute vergeben? Und dass du diesen Menschen freigibst und ihm Jesus bringst und sagst, heute vergebe ich ihm aus voll oder ihr aus vollem Herzen. Ich vergebe vollkommen. Jesus, bitte komm und heile du mich. all die Wunden, die Verletzungen, die geschehen sind, heile sie, weil ich jetzt vergebe. Und so möchte ich jetzt, dass wir einfach einen Moment still werden. Jesus ist hier bei jedem von uns und er hört jedes Herzensgebet. So darfst du jetzt in deinen Gedanken, in deinem Herzen zu ihm sprechen, du darfst es aber auch laut sagen, wenn du möchtest. und wir sind jetzt einfach einen Moment ruhig vor Gott. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt jedes Herzensgebet gehört hast und dass du jedes Herzensgebet beantwortest. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du uns vergeben hast, dass wir den Weg zu unserem Vater durch dich bekommen haben, dass du uns durch dein Blut rein und weiß gewaschen hast und dass wir jetzt in Kleidern des Heils und der Heiligung vor dir stehen dürfen und dir sagen, wir lieben dich für alles, was du für uns an Liebe, in Liebe tust. wir danken dir für alles, was du in unserem Leben verändern möchtest zum Guten.